Mit zwei dicken Vergaser drauf, aber jetzt sieht man eher das Lachgas-System entlüftet. Und jetzt gibt's über 1000 PS an der Hinterachse. Das ist ein Spezialrohrrahmen-Chassis. Kunststoffkarosserie oben drüber, alles flach und nur noch für die Viertelmeile gebaut. Das könnte jetzt eine flache 9 werden. Eine hohe 8 glaube ich nicht. Bei diesem starken Gegenwind haben auch die Dreckster ein bisschen zu leiden. Ja, eine flache 9 ist es geworden. 9,2 Sekunden und fast.